Der krönende Abschluss, dass wir in der 87. Minute, glaube ich, nochmal versuchen auf Abseits zu spielen. Und das ist der absolute Hammer. Das geht natürlich gar nicht. Und das reicht nicht. Muss man ganz sehr offen und ehrlich zugeben, dass so eine Leistung nicht reicht, um Platz 2 zu sichern. Kurz nach Spielschluss schwört Holger Stanislavski seine Truppe ein. Gegen Koblenz muss wieder ein Sieg her. Sonst könnte das doch noch schief gehen mit dem Aufstieg. Tja, und das mit dem Einschwören, das wäre vielleicht mal eine Maßnahme für die Auswärtsspiele. Vier der letzten fünf Partien auf des Gegners Platz hat St. Pauli verloren. Ob das reicht, um tatsächlich am Ende die Nase vorn zu haben, bleibt abzuwarten, werden wir hier aber Ihnen auf jeden Fall noch zeigen.